Der absolute Wahnsinn! Das Wetter hier auf den Lofoten ist vollkommen krank. Ich zeige euch gerade mal was. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da vorne, da waren wir gerade. Bis jetzt dieser Sturm mit Regen und Schnee plötzlich auf uns zukam. Aber fantastische Fotos. Ihr dürft gespannt sein. Musik 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 Hey Leute, wir sind in Uttaclave angekommen, dabei habe ich den Armin von Armin Bart Photography, müsst ihr auschecken, Link findet ihr irgendwo in diesem Video und das ist eine Mörder-Location. Hinter uns sieht man das europäische Nordmeer mittendrin, ich bin jetzt, lass mich nicht lügen, ich glaube zwei oder dreimal schon ins Wasser gefallen, es ist einfach Bombe, aber was für Bilder, die seht ihr jetzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017